Viele Veganer jubeln über den Geschmack von Ersatzprodukten, die ihnen den Umstieg auf eine tierleitfreie Ernährung erleichtert haben. Aber ebenso viele Fleischesser machen sich über diesen Geschmack von veganen Ersatzprodukten lustig. Zeit für einen konkreten Test. Guten Morgen im City College of New York und in der Montclair University hat man folgenden Test durchgeführt. Man hat Fleischessern 4 verschiedene Gerichte zum probieren gegeben, Makaroni und Käse, Fleischbälle, Schokoladenmilch und Hühnerfilet. Dann hat man einmal die vegane Variante genommen und einmal die mit tierischen Produkten original hergestellt worden ist. Aber sowohl bei den veganen als auch bei den tierischen Produkten hat man jeweils einmal gesagt dass diese veganen sind und einmal dass sie tierischen Ursprungs sind. Und die Ergebnisse der Bewertung hat man dann in einem Diagramm dargestellt, was ihr jetzt hier seht. Und im oberen Diagramm seht ihr die Verkostung des veganen Produkts und im unteren Bereich die Verkostung des Fleischprodukts. An der Y-Achse also der senkrechten Linie ist zu erkennen wie sehr man das Produkt mag oder ob man es nicht mag. Jeder hat die Möglichkeit den Geschmack der Produkte von minus 100 bis plus 100 zu beurteilen. Umso höher der Wert umso mehr mag man das Produkt und umso geringer der Wert bis maximal minus 100 umso weniger schmeckt das Produkt. Auf der X-Achse also der waagerechten sind die 4 verschiedenen Gerichte genannt. Die dunklen Balken in den beiden Diagrammen das ist die Meinung der Menschen wenn ihnen gesagt wurde dass dieses Produkt tierischen Ursprungs ist. Die hellen Balken sind die Personen denen man gesagt hat dass dieses Produkt rein pflanzlich ist. Alle Personen waren omnivor und gaben entsprechend auch an mit dem Fleischgeschmack vertraut zu sein. Fangen wir mit dem oberen Diagramm an. Man setzt den Personen sozusagen ein veganes Ersatzgericht vor und sagt einigen davon das sei Fleisch und anderen sagt man das ist pflanzlich. Die Frage war jetzt nun wie krass sind die Unterschiede in der Wahrnehmung. Erst einmal wurden bis auf die Pflanzen Schokomilch alle veganen Produkte auch von Fleischessern als wohlschmeckend aufgenommen. Von einem Ekelgefühl oder den oft im Alltag spöttischen Bemerkungen zugrunde liegenden schlechten Geschmack bezüglich von Fleischersatzprodukten konnte auch bei den Menschen die dachten sie hätten ein Fleischprodukt vor sich keine Rede sein. Und wenn wir überlegen wann die Menschen über sich über die Produkte lustig machen sind das zwei Situationen. Einmal wenn sie wissen dass es etwas pflanzliches ist beißen rein und sagen äh ist ja eklig. Oder sie haben es gar nicht probiert sehen sie irgendwo und sagen äh ist eklig. Aber wenn sie denken würden es ist Fleisch und reinbeißen dann schmeckt es meistens denen genauso. Die Personen die die Milchprodukte wie echte Schokoladenmilch und echte Makaroni mit Käse erwarteten waren im Vergleich zum erwarteten Geschmack der Menschen die wussten dass sie vegane Ersatzprodukte vor sich hatten am größten. Die Ersatzprodukte die den Geschmack von Fleisch imitieren sollten wie das Hühnerbrustfleet und die Fleischbälle waren erstaunlich nah an den Erwartungen von den Menschen die erwartet haben tatsächlichen Fleischgeschmack zu konsumieren und das überrascht wenig da Milchprodukte morphium ähnliche Suchtstoffe haben, nämlich das Beta Casamorphin und da merkt der Körper tatsächlich physisch da fehlt irgendwas und irgendeine Sucht ist da nicht befriedigt, man ist unzufrieden. Bei Fleisch kann man relativ problemlos selbiges Ersetzen ohne dass da nennenswerte Einbußen im Geschmack kommen, das wird jeder Veganer der auch die Ersatzprodukte alle durch hat sagen können. Bestätigt auch meine persönliche Erfahrung nebenbei gesagt. Auch erklärt ist warum es quasi keine wirkliche Herausforderung mehr ist vegetarisch zu leben, zumindest dann wenn man den Zugang zu Ersatzprodukten hat oder sie selber zubereiten kann. Kommen wir nun zum 2. Diagramm. Nun gibt man den Personen ein Fleischgericht und sagt abermals einer Gruppe das ist ein Fleischgericht und der andere Gruppe sagt man das ist jetzt Vegan. Zum Glück war da kein Veganer dabei. Aber zum Einen fällt erstmal auf dass bei den beiden Fleischprodukten von denen wo den Personen gesagt wurde dass dieses Fleischgericht Vegan ist, dass der Geschmack deutlich negativ bewertet wurde als bei den tatsächlichen Veganen Produkten bewertet wurde als bei den tatsächlichen Veganen Produkten. Daran lässt sich deutlich erkennen dass hier bei den Fleischprodukten keinerlei echter oder wiedererkennbarer Geschmack existiert. Es gibt nicht den Fleischgeschmack sondern vieles von der Einstellung gegen vegane Ernährung Resultiert aus den Gewürzen, bei Milchprodukten ist jedoch ein deutlicher Erkennungswert festzustellen und dieser resultiert eben aus der körperlichen Abhängigkeit durch die Meta-Casamorfine. Im absoluten Vergleich ist bei den Meatballs sogar bei Kumulierung der reinen Geschmacksbewertung der Wert nahezu identisch, d.h. für Fleischesser schmecken vegane Meatballs ungefähr und ich habe euch auch die Studie unten verlinkt die letztlich zu der Erkenntnis kommt dass vegane Produkte und ihre tierischen Pendants recht ähnlich wahrgenommen werden. Auf jeden Fall in einem größeren Umfang als wir das in der Realität immer bei den Fleischessern beobachten. Hier zeigt sich dann einmal mehr die menschliche Eigenschaft die in vielen Lebenslagen zum Tragen kommt, eben auf das bewährte Vertrauen und Angst vor einem neuen Schritt haben und auch bei einem Schritt in die neue geistige Evolution. Nein die Erde ist nicht rund oder Deutschland den Deutschen oder Fleisch essen ist gesund. Aber eins hat die Geschichte der Menschheit immer wieder gezeigt. Diese mentale Faulheit sich einer neuen Stufe des Geistes zu stellen, die wird immer von der Energie und der Dynamik neuer Generationen abgelöst. Man kann es durchaus als befreiend ansehen dass Menschen sterben und ihre alten Überzeugungen sich dann immer wieder auflösen und die Menschheit Stück für Stück sich weiterentwickelt. Ich freue mich dass ich noch ein paar Jährchen diese Entwicklung beobachten kann und wenn ihr weiter über aktuelle oder wichtige Studien auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns morgen Euer Christian und vielleicht habt ihr auch noch die ein oder andere Erkenntnisse die ihr aus dieser Quintessenz der Studie rauslesen könnt, ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns morgen Euer Christian. Tschüss. Tschüss.